Hallo Müller! Hallo Müller! Hallo Müller! Und jetzt gucken wir mal, was hier so... Alter, aber nicht schlecht, nicht schlecht Müller, nicht schlecht. Ja doch, das ist ganz geil geworden hier, ne? Machst du was, Alter? Sie hat doch einen Schnicker-Turm. Ey, hör auf, lass mich ganz... Totimo! Du hast ja auch keine Dinge ins Gesetz hier? Pfff, über 3 Komme! LOL! Mein Leg ist gebroken, Junge! Du stirbst nicht mal, wenn du da runter springst! Woll echt denn? Na, ich lebe! Ich bin still alive! Gott, muss dem langweilig gewesen sein. Aber wie immer, ne Müller? Holt euch mal eine Spitzhacke und helft mir! Ich hab keine Spitzhacke, ist kein Bohrer oder so... Wirst du die größte Tour bei uns bauen, was macht er? Stellt einen mega Tonklotz dahin! Ja, hat er dir gegeben! Hurenlied, Alter, Hurenlied, merk ich mir! So... Ja, und wie gesagt, holt euch mal eine Spitzhacke! Hör ich dich, meine Beine sind gebrochen! Weil wir zwei Löcher in die Mauer schlagen müssen, wo es TNT reinkommt. Ich hab eine! Ich komm runter! Oh Gott, Alter, das wird ewig dauern rum! Haben wir keinen Bohrer am Start mehr? Doch, wir haben drei! Ja, warum sind die nicht im Einsatz? Weil ich keinen Bock hab' jetzt einen Zombie-Horder auszulösen! Guck mal auf die Uhr! Ja, und meinst du, das reicht denn, wenn wir... Da müssten wir auf der anderen Seite noch eins machen! Ja, auf jeder Wand mindestens mal... Naja, zwei TNTs pro Wand eigentlich! Alle zwei Blöcke, ein TNT! Gibt ne schöne Kettenreaktion dann! Dann esse ich jetzt erst mal meine Laugenstange! Reicht das nett, wenn wir in jeden einen machen und drauf schießen? Äh, nein! Es macht zu wenig Blockschaden sonst! Aber du musst den Bohrer holen, Junge! Ich glaub' jetzt ein stundenlang rum! Na, mich auch nicht! Kannst mir auch noch einen mitbringen, wenn du magst! Wenn du noch mehr hast! Einer ist weg, irgendwie! Müller hat noch einen! Schöne Sprengung! Ja! Oh, lol, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was schon? Oh, lol, was ist das? Was? Loll! Ich hab' hier einen Bunker gebaut! Ich hab' hier gebaut! What the fuck! Wahnsinn, Alter! Megamine, Alter! What the fuck! Oh, hier ist Iron! What the- Ja! Wahnsinn! Ultra Bora, hier benutzt! What the fuck! Was war denn los? Achoo! Scheiße! Er hat gerade nach unten gegraben und TNT'd, nice! Das erinnert mich irgendwie an Minecraft! Das sieht jetzt eher aus wie im Cheyenne-Mountain-Komplex, Alter! Es wird gleich irgendwie Daniel Jackson um die Ecke kommen! Das sieht eher so aus wie bei Outlast, Mann, am Ende! Da haben wir eins! No! Hier ist Locked! Ja, warte! Kennen Sie alle! Ich hackt alles! Ich hab' ein Hack-Tool! Pfff, Alter! What the ffff! Ich glaub' das hier sind die... Ach du Scheiße! Das haben die unten gemacht! Oh, Alter! Wie so eine Alien-Invasion! Irgendwie in Red Faction oder so! Oh mein Gott! Ich geh' jetzt nicht mehr weiter! Ich hab' keinen Bock noch mehr, Karl Stein zu beurachen! Guck' wie weit's hier noch geht! Irgendwie in die andere gehen! Händnis E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E. Naja, halt so lange war's dann etwa drei Wochen oder so bis zu her sein! Und hier ist einfach alles untergraben mit einem monströsen Tunnel! Achso, das ist der Gang, der führt so nah wie seiner Base! Loll, hier ist ja auch noch ein Gang! Da ist doch mal hergekommen! Ja! Stiemlich sicher! Loll! Hier bis dahin! Geht's denn hier hoch! Ach du Scheiße! Was ist denn hier? Wollt ihr denn? Hier! Hier! Da ist ein Laugenstange! Fühl nicht mehr, ich bin zu satt! Na wie, Pech! Diese Ausmaße! Weißt du, wenn der Miller einmal so ein Spiel spielt, dann ist gleich... Dann übertreibt der das so maßlos hier, ey! What the fuck, hier hoch geht das? Weißt du, Minecraft, sei es Minecraft Days oder altes Life, es wird völlig übertrieben! Was ist denn da? Da sind wir noch nicht drin in diesem Kater! Weil ich zu vorn bin! Alter, wo geht's denn hier hin? Ey, sieh, was kann das sein? Was ist das hier für ne Bude? Jetzt gleich wissen wir, wo wir sind! Aha! Ich hoffe, ihr seid die Treppe hochgegangen, ja? Er ist Miller, er meint seinen Block im Wasser! Warum hat der Miller einen Block im Wasser? Ich bin auf dem Weg aber jetzt nicht zurück, ich schwimme rüber! Sind sie nicht wie dein Italian Mountain Komplex? Hallo! Du wolltest jetzt einfach wieder runterlaufen! Ah! Ich will nur gucken, wohin die anderen Gänge führen! Der ein Luftnerv! Loll! Ah, Loll! Du kannst ja einfach runterspringen, Junge! Hier waren die schlau genug Spinnenweben hinzumachen! Echt jetzt? Ja! Du kannst einfach in der Mitte runterspringen! Haha! Ich hab's weggenommen gerade! Hahaha! 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 Äh! Wer hat die Tür kaputt gemacht? War die das? Ne, ne! Seid ihr schon oben oder was? Nein, ey! Was macht ihr? Ich bin doch hier unten drin! Hallo! Wie komm ich hier raus? Lauf einfach! Lauf einfach! Oder stell dich mal hinter mich damit ich Licht hab, du Noob! Wo bist du? Hinter dir! Oh jetzt seh ich gar nichts mehr! Wo bist du? Hier! Stell dich mal hinter mich! Da geht's doch hoch! Das ist doch schon! Hast du keinen Helm auf genug? Ne! Ich hab nur meinen Stahlhelm! Alter, die sind so krank man! Dieser Tunnel! Ja! Als wäre der Turm nicht genug, ne? Als wäre der Turm nicht genug, ja! Als wäre der Turm nicht genug, ja! Dann hast du ein monströser All-Around-Tunnel gebaut! Aber wenigstens mal ne ordentliche Mine! Ja, das ist warm! Hier ist doch Cotton-Ruven, Alter! Hier sind 20 Cotton einfach drinnen, Alter! Und du rennst wieder weg! Sind jetzt die Cotton? Ich hab die! Ich hab keine Sticks, Alter! Ja, brauchst du nicht! Ich hab Sticks! Oh ja! Wisst ihr was, Anna? Ich baue mir jetzt mal einen für den besonderen Anlass! Ich krieg jetzt Schaden! Der Biene! Und Zombies! Das ist echt nicht! Ah! Ach doch die Tür zu! Ah! 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 ein Husshon zu schreien! Ah! Alter! an! hat man imDrive so ne Bienen! Und stinkt mehr, so ein Ostfahrer zu schreien! Ah! Was sind die, Alter? SCHEI�, ich hab nur um D Haupt Weh, Alter! Ja, willkommen im Club! Einfach fronten! aber ich habe 63 Potatoes mit ein paar Potatoes das bringt nichts das hielt nicht klar heilen die Junge Essen heilt da hier das heilt das heilt wer nimmt es wieder weg da ich höre die Biene Junge nicht dass sie jetzt oben durchgeflogen kommt ja ich hab Essen ich hab's mit Pinder der steht aber offenbar kriegt Schaden ich drehe mich zur Seite und sah im Recording schon geil aus oh der Kreis, der schreit rum ich hab's gemacht wie ist das so geil hat da aber auch ein Zombie angerannt neben der Biene das ging ich glaub das war nicht dasselbe das muss ich unbedingt anhören ich muss jetzt erstmal einen Schluck Mead nehmen ich will erstmal eine Kartoffel essen wo hast du Mead her bitte hab ich mir gekauft lol was bei euch hat er das klar jeder konzertierte Rehwart Mead alter das ist komplett weißes in Teller ja warum haben sie gesagt das haben sie nur in der Winterzeit selbst wenn dann kauft ihr eben Glühwein selbst wenn dann kauft ihr eben Glühwein ja man Glühwein owa das ist eh wieder Glühweinzeit ja haben doch quasi fast Winter wieder gibt's jetzt wahrscheinlich schon wieder Lebkuchen bald überall Junge in einer knappen Woche oder zwei es ist Lebkuchenzeit es ist die Seven Days war doch ne gute Idee ja 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 warte mal ich werf dir mal ne Kartoffel hin oh Wahnsinn da oben kommt nicht der Gott die Biene ich hab Tränen in den Augen ja klar ich hab erstmal den Fight mit dem letzten Dark Souls 2 Boss abgegettet gestern vorgestern und auch die ganzen anderen Divinity Aufnahmen rüber gepusht auf Youtube guckt sich zwar immer noch keiner an aber nach oben geht's ja nicht ja kann man trinken schmeckt mätig schmeckt mätig was Alter was hast du vor ja lass ihn doch mal bauen du ich also ich bin für zwei Reihen TNT achso ja will jetzt die Struktur noch mehr sprechen aha also ich hätte jetzt einfach oben das da also wenn du unten in dieser Reihe alle zwei machst dann würde ich einfach in der Reihe da oben da wo du keinen weggemacht hast dann wegnehmen dass du zwei Reihen voll TNT hast jeden zweiten ja aber das sieht bestimmt noch geiler aus die sind denn die ganzen Zombies die mal ausgelöst haben links sind die gekommen von diesem komischen Vorhaber was da steht wo immer das scheiß Ding gehört ja ich sehe nämlich nix mehr das war noch nicht viel das war eine Biene und ein paar Zungen ne ne die sind noch da guck dich dann siehst du es hm warum wenn das Auge zu halb auf ist ich bin antitektet ja ok bei mir steht Senst ja du hast nen Bohrer ich hab sogar was dabei was essen das riecht ja Kartoffeln ja ich hatte aber auch vorher was ach stoffe ich mir mal noch nicht genau das wird jetzt grandios eigentlich müssen wir ja oben drauf stehen wenn der einstürzt ne 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 ich will sehen wie der einstürzt ja ok aber jemand muss sich drauf stellen stell dich oben drauf ich nehm das doch eh auf da kannst du es sehen ohhhhhh ich mach nicht das Jumt drauf nein Müller dann muss das heute noch geabwärrt das krieg heute vielleicht nicht mal mehr gerendert alter Junge ich verarsch ne den Render krieg ich hin aber das Uploaden also ich brauch für weiß ich nicht für ein Gig brauche ich ca. 270 Minuten Uploaden jetzt das mal Stream Junge ja dann wäre die Quali scheiße und die Hälfte aller Pixel wäre im Arsch du brauchst so lange zum Render ne zum Uploaden brauche ich so lange da hat er recht mit dem FPS das wäre dann echt scheiße ich hab dann echt kacke ausgesehen auf Hitbox richtig Fraps macht das nämlich in der perfekten Quali mein Dark Souls zum Beispiel mein Last Boss Fight hat eine Top Quali a la war kann ich an dieser Stelle nochmal erwähnen falls Millionen Menschen jetzt dieses Video sehen geht auf meinen Channel und sucht nach Dark Souls und dann geht ganz am Anfang und sucht irgendwas von GTA das war auch lustig machst du jetzt Werbung für deinen Channel oder was? ja ich mach jetzt Werbung dann mach wenigstens Werbung für meinen Channel ja genau genau seinen Channel findet ihr bestimmt in meinen Abonnements und wenn ihr Rufen finden wollt gebt einfach img.com oben im Browser ein und schon hat sich das geregelt ja da ist ne Biene da ist ne Biene da ist ne Biene da ist ne Biene das ist ne Biene ich wollte nur noch mal schreien aber der kam schon wieder nicht so gut also das war kacke Junge diese Biene grad eben das war perfekt alter ganz normal hab ich das aufgenommen Junge das ist das nette das ist das nette zwingen ich wollte nur noch mal schreien so sind wir gleich bereit ja fast zwei Blöcke noch da kommt der Bauchnabel ins Bild Stranget ober ich kommt um ne Ecke Stranget ach so mach das Ding raus wir müssen jetzt erstmal die Zombies wegbissen das sind doch keine Zombies so und wir warten noch bis Tages damit wir schön viel sehen auch das ist gleich Tag ich kann schon mal das TNT platzieren ja dann mach darf jetzt nur keiner drauf schießen wie der Regs sonst geht das nach hinten los wo sind diese Faggots also nicht der eine Typ hat auch keine Tür mehr an seiner Hütte kann man rein Scheiß Bean ist auch schon wieder weg da hinten läuft einer ober hast n? ich glaube ich weiß nicht ob der das überlebt hat ne da kommt er ah das war daneben ober Tiddies Tiddies incoming ober Tiddies Tiddies behind this thingy ober die hauen nicht gegen Zaun Zaun ist das natürliche Abwehrmittel gegen Zombies der einzige natürliche Feind eines Zombies Zaun Hallo 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 I'm Lindsay Lohan I'm Lindsay Lohan I'm Charlie Sheen over Hey ey 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 ich will oben drauf das auch jetzt nicht der Aufnahme nur weil du mir ein Streich spielt fett also das ist TNT dieser Turm hat große Ausmaße dann geh ich schon mal auf den Turm aber wartet noch bis Tag ist es muss möglichst viel zu sehen sein damit Miller meint ihr denn das reicht überhaupt das TNT um damit Miller möglichst große Menge an Tränen abdrückt Stahlbeton zu battle also von hier könnte ich das fast fast also von hier kann ich das quasi naja ich muss weiter weg alter sonst bringt das nichts mein Bein ist immer noch broken warum hab ich eigentlich keine Schiene gekriegt ruf Hilfe de Biene oder irgend sowas die Dün die Dün 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 Seht man mich? Ich gucke in Richtung Festung wir müssen doch die Bäume hier weg machen die am Weg stehen dann schieß ich von der Festung raus drauf ja dann macht mal macht ihr da unten und ich mach mal den Zaun ich warte jetzt erstmal bis Tag ist aber ich kann mich ja hier auf diesen Pfosten stellen ich würde warten bis meine Beine nicht mehr gebrochen sind oja hier müsste man mich sehen ah die schöne Nacht Ja, abgesehen von den Zombies, den Bienen, die sich geraped haben. Ey, irgendein Arschach hat mir mal ne, hier stand ne Box, Alter, ne Waterbox, Junge. Und die hier auch, Alter, Hurenzirner. Mäh, 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 mäh. Also irgendjemand war hier, soviel steht fest. Ach, riecht mir gewaltig nach Miller. Nee, er würde es niemals wagen, mir Zeug zu klauen, sonst wüsste er, dass ich ihn analysiere. Nicht wahr, Miller? Ah, zack on my balls, owa. Ruben, hast du eigentlich mit als deine Base schon gesehen? Äh, welche meinst du genau? Die Untergrundbase? Äh, na. Komm mal her. Komm mal her gleich gucken. Erstmal Turmspring gleich. Wo war denn der Turm? Da ist der Garten, dann ist davon irgendwo der Turm. Guck mir das gleich an. What the fuck? So ein kranker Typ, man. Wir bauen ja eh dann da in der Nähe. Naja, wenn man runterspringt und jetzt überlebt, dann überlebt es das vielleicht doch so. Kannst du mal einen Cockenwebs an die äußere Leiter tun von meinem Turm? Ich glaube nämlich, oben die Leitern fehlen. Kann das sein? Oder komme ich wieder runter? Dass ich gleich runterspringen kann. Wollt man sich, ne? Wollt man sich, ne? Weil ich spawne womöglich auf meinem Turm ganz oben. Gucken, vielleicht hat der Böller noch irgendwo ein bisschen TNT versteckt. Hier ist die Tür offen. Das sind irgendwo Zombies. So, ich sehe die Sonne am Horizont. Am Horizon! Event Horizon. Oh geil, mein Wachturm lebt ja noch. Wie war das? Praise the sun? Ja man, praise the sun. You fucking praised the sun. Praise it, motherfucker. Oh Gott. Übrigens, Müller, das hier, was ich hier gebaut habe, so was ist ein Turm, den man baut. So, zur Perimetersicherung. Kein, wo draufsteht. Hier wohnen wir. Quasi. Hier wohnen wir, kommt alle her. Klaut uns. Hier fehlt auch übrigens die Stahltür, Junge. So, dann macht euch bereit. Warte mal. War nicht hell genug. Warte noch. Aber die Zombies sind langsam, oder? Ja, das sollten sie. Wir haben jetzt sieben Uhr gar nicht. Meine Beine sind immer noch gebrochen. Genau. Verpacken mal die ganzen Bäume. Haben wir eine Kettensäge oder so? Stimmt, genau. Die Bäume müssen noch weg. Oh, wie schnell das geht. Schütze mich mal, falls ein Zombie kommt. Ja, ja. Ich bin schon in Position gegangen. Da hinten ist auch die Tür auf, oder die Tür ist weg. Ich kann hier nicht so weit gucken. Oh, das ist eine Biene. Oh, ich habe keine Ahnung mehr. Ich sehe halt da hinten das Biom und unser Biom und da hinten das... Aber über drei Biome kann ich jetzt nicht gucken. Oh, was sind das für Schreie? What the fuck? Oh, die Schwolli, die Biene. Okay. Also, Fraps macht das Ganze nicht besser, wenn gebohrt wird, muss ich sagen. Pfei, meine Hände sind so empfindlich. Die tun so weh gerade. Dann musst du die mal aus deinem Anruf lassen. Nee, ich musste heute 52 Pläne falten, alter. Jesus Christ. Das ist wie Schmirkelpapier, echt. Ab dem 20. Plan oder so sind deine Hände total klackgerieben. Rick, komm her. Ja? Wo war's? Ich bin in der Festung. Von hier hast einen schönen Blick. Ich habe von hier einen sehr schönen Blick. Ich war auf den ganzen Turm und da oben sehe ich Roof. Ja, ich auch. Bin unter der Festung drin. Ja, so kann ich dies sehen. Dann lösen wir aus. Ich will schließlich die komplette Reaktion haben. Ja, also noch nicht jetzt auslösen, aber... Mach dich bereit. So kann ich dann sehen, wie er drauf schießt, dann sehe ich, wie der Turm einstürzt. Das ist perfekt. Ich muss dann die Kamera quasi so auf mich halten oder so, ich weiß nicht. Ja, dann zoomen. Wo ist denn, Rick? Seh dich nicht. Hier, rechts von dir auf der Mauer. Hä, wie blöd. Ach da. Gut. Soll ich? Warte. Bin bereit. Okay. Drei. Zwo. Eins. Sprengung! Oh. Good job. Fehlzündung. Fehlzündung, ja. Oh. Bam, bam. Oh, man. Noch merke ich nicht. Oh, jetzt. Oh, 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 oh. Domino-Effekt. Domino-Day. Incoming. Oh, es wird voll laggy. Ach du Scheiße, wird das laggy. Oh, ach du Scheiße. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gleichs, Junge. Ne, lol. 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 Lol, was? Lol. Äh. Ach, diese Scheiße Tür. Ja, die Tür hält den Turm, Malta. Ich bin wahr. Wie das aussieht gerade. Bleib da oben drauf. Ja, los, mach mal die Tür kaputt. What the fuck. Wie das aussieht gerade. What the fuck, Mann. Feinarbeiten. Ja, die Sprengung verzögert sich um eine Sekunde. Sprengung, ja. Sprengung war ja schon. Ne, ne, die hat mal kurz aufgehört. Hättest du nicht noch einen T-Tiger verzeihend? Leider nicht. Geht's weiter? Hallo? Ähm. Vielleicht die Treppe. Vielleicht musst du die Treppe wegnehmen. Die ist auch schon weg. Ja. Die steht nur noch ganz bruchhaft. Oh, sag mir jetzt nicht, dass es funktioniert. Oh. Oh. Ich bin fast tot. Hau mal die Tür da weg. Ich tue das weg. What the fuck, Mann. Hast du noch einen TNT, dass du einfach dran klatschen kannst? Vielleicht brauchen wir einfach nochmal eine Explosion, damit das funzt. Ich warte hier erwartungsvoll. Ja, der Turm wartet auch erwartungsvoll. Der will endlich sterben, so wie der aussieht. Ja, aber er ist fast komplett eingestützt an deiner Seite rum. Okay. Stell du noch Block für Block, kann ich nichts mehr machen. Ja, wie gesagt, hau doch mal TNT dran irgendwie. Nochmal eine Explosion. Ich muss ja jetzt herstellen. Oh. Super Sprengung, Müller. So ein Scheiß. Ciao, Ru. Oh Gott. Was ist er jetzt eingestützt oder noch? Ja, er ist gelaufen und dann sind sie eingebrankt. Ich sag ja, schieß mal auf die Blöcke oder berühr die oder so. Oh Gott. Da ist er gerade runtergebrochen. Ah. Das haben wir gleich. Ich bin halt fast tot, ne? Von hier musst du gucken, da sieht das gut aus. Ja. Das fliegt. Das steht ja nicht mehr mehr. Es schwebt. Flying tower here. Flying over. Rebroken wahrscheinlich jetzt wieder. Character. Broken lab. Links in Zombies. Tja, Turm. Noch möchte der wohl nicht. Warte. Habe ich mir epischer vorgestellt. Ja. Also es sah auch am Anfang richtig epic aus, Alter. Wie eingestützt und dann ist einfach stehen geblieben. Jetzt reicht es mir. Das ist ein Raketenwerfer ausgepackt. Ich habe leider keinen Rocket Launcher und jetzt hätte ich das nichts drauf geholzt. Ja. Ich hätte mir noch ein paar Raketen anzulieten. Hä? Machst du da? Flakgeschütz. Flakgeschütz. Kriegt das überhaupt was? Glaub nicht. Nee, das bringt gar nichts. Komm TNT. Komm TNT her. Jetzt hätte ich längst schon TNT herstellen können. Ich guck mal, ob ich noch TNT irgendwo herkriege. Ich habe nämlich keinen. Ich habe nur ein Reagenzglas. Ich habe nicht mal irgendwas. Scheiße. Tja. Dieser Tricks. Oh, da sind gerade Zombies da rufen. Die kommen auf dich zu. Hä? Da hinten ist die Horde. Soll ich die mal alarmieren? I will alarmieren the Horde over. Ah, das ist sogar eine zweite Horde. Oh lol, das nenne ich meine Zombie-Horde. Wow. Wo bist du? Hier auf der Mauer. Ich weiß mal ein Screenshot. Da bin ich ein Teil der Mauer. Äh, hier vorne hinter diesem Holz vor. Du hast einen Kompass, Junge. Norden. So meine Freunde, das Sprengen kann weitergehen. Hier ganz viele Zombies ankommen, Alter. Nee, komm mal ran. Na, ich muss wieder zurück an meine Position. Die haben die Explosion gehört. So viele Zombies habe ich noch nie gesehen in diesem Game. Also, wenn du hier runterguckst, da kommen sie überall durch den Wald. Also, sie sind jetzt leider schon alle angekommen. Du hast den Ansturm verpasst, aber... Das sind massig. Lalalala. So, ich bin wieder in Position. Da kommen sie jetzt rum. Unter uns ist übrigens die Tür kaputt, Ruf. Pass auf. Heißt? Ja, das heißt, sie kommen da durch. Oh. Soll. Hack einfach den Aufweg nach oben weg, Alter. Dann kommen die nicht hoch. Oder baller sie alle ab von mir, was. Oh, hinter uns. Die Lolli kommen einfach über die Mauer. What the fuck? Sind auf der Mauer. Oh fuck. Oh, wie viele, Alter. Mal rufen, hast du nicht noch mal ne? Beine Break für mich. Wir müssen erstmal die Zombies abwehren, Freunde. Wer ich für. Bau dich hoch. Leute, wisst ihr, wie viele Zombies jetzt hier durch die Tür kommen? Wisst ihr das? Ich hab Wood Frames hier, elf Stück. Kann ich dir geben. Ich hoffe, dass wir noch, dass ich noch gute Bewaffnung in der Hütte hab. Und dann werde ich die alle wegballern. Aber sie kommen. Sie sind innerhalb unserer ersten Mauer. They are coming. Yes, over. Yo. Yo. Ach du Scheiße, wie viele das sind. Ach du Scheiße. Wie geil das aussieht, als sie durch den Wald gelaufen sind, Freunde. Was spielt ihr? Äh, Seven Days to Gay. Ach so. Also kein Doter von euch? Nee. Okay. Erstmal ne Pumpe mitnehmen. Man weiß ja nie. Ach so, die, meine ganze Muni ist natürlich größtenteils weg, Alter. Ich muss auch lau. Tsch, tsch, tsch. Tsch, 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 tsch. Na links, sie sind jetzt hinter dem Vor, oder in dem Vor von dem Kollegen hier. Die sind halt früher über die Mauer geklettert, links. Willst du jetzt auf das Fass da schießen, oder was? Gucken, ob es das bringt. Jo. Ja, wenn schon, brauchst du zwei, sodass halt auch wenigstens ein Block weggesprengt wird. Denk ich. Okay, hier draußen sind auch praktisch keine mehr. Gucken, ob ich dem Kollegen hier seine... Bitte, Frau... Ne, da sind Stacheln. War mir klar. Sind die da drinne? Ja. Wow. Tja, L-Tower. L-Tower-Rodeluxo. Ah, hier, die haben... Die boxen einfach die Mauer hier kaputt. Oh, oh. Oh, Puffy. Das sind Sprengfässer. Sie haben dieselbe Wirkung. Was denkst du? Was ist mit ihm los? Ich hab nur noch einen Schuss in meiner Pumpe, Roger. Du musst oben den zünden, nicht unten den. Oben den... Kannst du mich boxen, Alter, ha? Wow, 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 wow. Hat keinen Wert, der Turm bleibt so. Ne, ich denke auch, Alter. Schade. Aber er ist gut eingeschriffen an der einen Seite. No. Go fuck your tower. Unsere Mauer ist fast durchgebrochen hier. Oh, ciao, oh, ciao. Wow, hier geht sie runter. Ja. Meine Beine sind immer noch gebrochen. Hast du noch irgendwie so eine Bandit-Truth? Nope. Hab selber null HP. Hast du Sticks? Ich brauche einen Stick. Wie brauche ich denn nochmal Sticks? Ah, ja. Gibt es Plank im Moment? Ja, hab ich. Fett Lace. Schade, dass der Turm nicht das wollte. Oder nicht das machte, was wir wollten, dass er macht. Ah, ah, uh, 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 uh. Das war das. Deswegen hat der Miller aufs Unverfroren gefragt, ob ich nochmal online komme. Das ist unverfroren. Warum was zu trinken? Magst du dich an ihm rechnen? Schnell, ich brauche Wasser. Schnell, ich brauche Wasser. Ich brauche Wasser. Wasser, hier. Komm mal mit, Ruben. Moment. Wahnsinn. Da sind auch keine Türen mehr. Also irgendjemand war hier vorher schon. Hat hier einfach alles weggefickt. Lol. Medicate. Lol. So, wie geht's jetzt hier in die Festung? Die hinten. Nur noch 7 Raketen, aber keine Ammo mehr, over. Sieht's denn hier aus mit der Hacker-Kiste quasi. Super. Wir haben nichts mehr in unserer geilen Kiste. Hinten geht's noch weiter. Jo. Hi. Hallo. Was geht denn hier? Wir spielen gerade 7 days to die hier. Waren ca. 100 Zombie-Horten. Die ganze Burg ist im Arsch. Alles ist eingestürzt. Ich wollte es gerade sagen, Alter. Wo spielt ihr denn? Was? Ups! Boah! Auf welchem Server spielt ihr denn? Auf unserem. Okay. Aber ist alles kaputt, Alter. Der ganze Turm ist weg, Mann. Warum? Wer war das? Was? Die Zombies? Ach so. Mann, naja. Guckst du dir an. Die Zombies hatten nicht ganz so viel mit dem Turm zu tun, aber mit dem restlichen. Komm mal online. Ja, tue ich gerade. Wir haben moderne Kunst gemacht, quasi. Lächerlich, Alter. Was man für ein Möbel ausgibt. Ich hab eben ein Möbelhaus. Ich hätte fast einer reingekauft. Schon wieder Möbel gekauft. Was heißt schon wieder? Heute endlich mal. Letztes Mal mal nur gucken. Wo warst du? Ikea doch, letzten Endes. Ja, nee. Letztes Mal Ikea. Ja. Und heute hab ich im Alconi und im Somit. Ah, Alconi. Bei Glück versucht. Alconi und somit. Habe ich dieses scheiß Sofa her, das von für den Arsch ist. Ja, ich hab mein, ich hab mein Bett im Dings gekauft, Alconi. Weil mein letztes Bett hab ich im Alconi für alles drum und dran für 199 Euro bekommen gehabt. Und heute, das billigste was wir da hatten, 270. Bei dem ist es auch nicht verkehrt. Wenn ich überleg, was ich da im Ikea geblecht hatte. Äh, Ikea war 150. Garantiert nicht. Ich hab 150, meinst du zahlt. Mit garanzu allem drum und dran. Hast du garantiert nicht. So, ich kann dir noch die Rechnung zeigen, wenn du möchtest. Das stimmt niemals. Also ich hab mal aus dem dänischen Bettenlager und das war auch nicht ganz zu teuer. Aber ich glaub das war auch ne Aktion. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja. Also ich hab wie gesagt 150 bezahlt. Mit Latte und Matratze. Das ist langsam echt weggefügt. Wir müssen glaube ich in die Bunker ziehen und in die Tunnel. Die billigste Matratze, die Ikea hatten Gas für 199 Euro. Lol, was? Und wer ist denn, wenn ich mal sterbe? Dann wären meine Beine auch nicht mehr gebrochen. Dann war's wahrscheinlich einfach ne Angebot, was sie da hatten. Eigentlich mal abballern, Ruf. Naja, egal. Ruf, lass mal russisches Roulette spielen. Ich muss sterben. Guck mir da nichts aus, halt dann. Dann musst du mir zwei Pistels geben. Ne Leere und ne Front. Hab ich nicht. Ich hab weder ne... Also ich hab Leere, kann ich dir zwei geben. Ich kann dir geben. Und das hilft. Hier, eins und zwei. Braucht ihr noch eine Leere? Ne, wir brauchen nur Muni. Wo bist du Ruf? Ja, ich hab Muni. Okay, perfekt. Ich hör schon die Türen klackern. Was soll ich da hinschmeißen? Wir haben schon nicht mal mehr wirklich Türen. Also meine Bude ist doch einfach... Alter, wer von euch... Wollt ihr mich verarschen? Hä? Das müsst ihr doch gewesen sein hier. Meine Türen sind weg, Alter. Ne. Die waren weg. Die Burg wurde... Also ich behaupte geradet. Beim Bude ist auch alles kaputt. So, Rick. Ja. Dann... Mach mal. Ich kann ja mein Rätchen im Leerlauf. Mach mal. Ich drücke dann... Ja, dann war hier jemand drin. Anders kannst du mir das nicht erklären. Okay, schieß. Ja. Jo. Okay, das klappt nicht so ganz so gut. Ich mach ganz oft eins und zwei Sachen. Okay, okay, okay. Schieß. Nicht Stopp sagen. Das waren Spiele. Das waren niemals Zombies. Los. Schieß. 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 Das ist die erste Runde. Habe ich überlebt. Nochmal. Ja. Und schieß. Auf welch im Server Seite dann? Schieß. Los, schieß bitch. Schieß. Schieß. Ok Feuer! Alles weg? Ja, also meine Kisten sind passiert mit der Die Kisten sind alle weg Ok, Feuer! Los! Ja, also das können keine Zombies Ja, meine scheiß Kühltruhen sind auch gone Ey, du Bastard, dass mein Rücksack gelootet ist Ich bin froh, dass da nix drin war